Test-Sendung des deutschen Wetterdienstes. Aktueller See-Wetterbericht für Nord- und Ostsee. Sendezeit 6 Uhr bis 6 Uhr 30, 12 Uhr bis 12 Uhr 30 und 20 Uhr bis 20 Uhr 15. Aktueller See-Wetterbericht für das Mittelmeer. Sendezeit 16 Uhr bis 16 Uhr 30 und 20 Uhr 15 bis 20 Uhr 30. Überladung Wetterfunkwender-Kingerberg. See-Wetterbericht von Montag, den 7. Mai 2018, 10 Uhr bis 12 Uhr. Für Hausbegrüßern, See-Wetterbericht von Gott. Bis heute Nacht ist in keinem der Vorhebergebieten, mit Schrauben oder Strom zu rechnen. Wetterlage von Montag, den 7. Mai 2018, 2 Uhr bis 12 Uhr. Umfangreifung hoch. 1027. Laufspulen. Etwas abschlichen. Keil. Montagmorgen weiterer Teil. 1027. Schicken. Lauter, schwenken. Tief. 1.009. Für das neue Läude, bitte weh. Dort, Nord-Ost, 10. Polizern, Reifel, 10. 982. Auch ich war. 55, Laus. 80, Reifel, schwenken. Etwas abschlichen. Ausladen 4